Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice Sachen und die Camouflage Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht ab? Und herzlich willkommen zum nächsten Elfmeterschießen mit meinem Bruder. Was geht ab? Heute. Das geht ja mal gar nicht. Inter gegen AC Mailand. Leute, Derby. Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Inter. Hashtag AC. Ab in die Kommentare. Ich bin Inter. Du bist AC Mailand. So sieht's aus. Wir gucken, wer das Ganze gewinnt, Leute. Checkt mal einen Shop aus. Nice Designs. Orange, Blau, Rund, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Gratis Autogrammcard gibt es dazu. Unterstützt mich gerne mit dem Kauf. Wäre sehr fresh. Wäre sehr sehr fresh. Schreibt gerne auch rein. Was wir noch sehen wollen für Battles. Wer soll beim nächsten Mal gegen einen Antreten? Welche Mannschaften und so weiter und so fort. Und wie gesagt, täglich einschalten. 18 Uhr neue Videos. Glock aktivieren und so weiter und so fort. Abonnieren. Software Strafe gibt es wie immer für den Verlierer. Differenz der, ähm, das Ergebnis. Ja, wenn er 3-1 gewinnt, gibt es 2 Schuss. Wenn ich 4-2 gewinnt, kriegt er 2 Schuss und so weiter und so fort. Und wenn einer extreme Strafe gibt es bei 3-0. Ja, aber wenn einer 3-0 gewinnt, kriegt der Verlierer 5 Schuss. Weil 3-0 ist schon hart. Ihr wisst, es passiert nicht oft. Aber wenn, 5 Schuss. Und ihr wisst es, das Ding hier, P99, sieht klein aus. Hat aber verdammt eine gute Kraft, Alter. Ihr wisst es, wie immer, wenn ihr mit Software spielt oder so, ne? Nicht auf Kopf ziehen, nicht in die Augen. Hast du gemacht, perfekt. Ja, weil es nicht geladen. Ich bin Profi, weil ich habe Waffenschein. Oder auch nicht. Bis weiter vom Waffenschein, weg als den Führerschein. Ich weiß es. Führerschein lange da. Du bist weit vom Waffenschein, du sollst mal gar nicht sagen. Du musst für das Scheinball abgeben. Ja, so, ja. Rorschmann, ja. Mach mal hier. Zack. Wir werden mal hier gucken, Alter. Mein Controller geht nicht. Scheiße gelaufen. Warte, ich muss kontrollieren. Ich kann kein Spieler, sonst kann ich nicht tauschen. Was soll ich? Ah, jetzt. Wollte ich dir sagen, Alter. Wollen wir hier einen Nachteil, oder? Du hast Ibra mit 89, das ist ein bisschen Nachteil hier und da. Du hast 82, ey. Okay, du hast 82, ey, war ich hab auch 82. Aber, guck mal, die ja, what? Diese aller richtig stabilen. Alle über 80 Abschluss. Also, ich würde sagen, naja, von den Spielern hab ich einen minimalen Vorteil, glaube ich. Ist relativ ausgeglichen, aber ich glaube, ich hätte schon so einen ganz kleinen Vorteil hab ich. Aber, du weißt es, meistens ist es sogar so, der, die besseren Schützen hat, verliert im Endeffekt. Naja. Was hat Ibra für nur? Geh mal kurz auf Ibra. Das ist ja diese aktualisierten Werte. 81 minus 2, sag mal, willst du mich verarschen? Das sind ja diese aktualisierten Playerwerte. Lukaku auf 85. Aber 76. Die sind alle so sch... Guck mal, scheiße. Warum sind die alle so schlecht, ey? Also, naja. Also, guck mal, meine ganze Mannschaft ist ja wirklich absolut scheiße, außer Donner-Romberg-Katastrophen. Egal. Ab geht's, vielleicht hätten wir dieses Player. Da kommt Ibra noch knapp über 80, das war's, ey. Wir hätten das ausmachen sollen, diese aktivierten Player-Ratings, oder wie das ist. Wie heißt das? Aktualisiert. Ah, hier wisst ihr, was ich meine. Ab geht's. Schauen wir mal. Vidal, aggressiv. Ihr wisst es, Intermailand hat dieses Jahr zwei davon. Vidal und Nangolan. Beideselben Friseur, Alter. Ab geht's. Hab ich geschossen. Ey, da unten ist keine Dings. Oh. Hä? Keine Powerleiste. Hä? Bei dir ist die da, willst du mich verarschen? Jetzt ist da, jetzt brauche ich. Was soll das denn? Wenn ich brauche, jetzt brauche ich. Scheiße, Leute. Es kann nur extreme Strafen geben. Erster Schuss verballert. Leute, es könnte dies doch erste Mal extreme Strafen geben. Kolarov, 95, Kraft. Kolarov, ey. Ehrenmann. Kolarov ist echt ein Ehrenmann. Ab geht die Post. Come on, Kolarov. Boah, Digga. Der hat ja aber mit Kraft reingebolzt, besonders okay. Ich dachte, du schießt jetzt wieder so komisch links, weil ich bin nicht nach links gegangen. Ich wollte eigentlich erst nach rechts schießen, Alter. Extreme Strafen habe ich schon mal abgewendet, Leute. Ab geht's mit Hakan Chananoglu. Ach komm, der hätte auch mal treffen können jetzt, ne? Da bin ich wieder, Leute. Was ist das für eine Glatze? Wie glänzt das? Was? Was glänzt die so hart, ey? Auch absolut viel Kraft. Muss man mal dazu sagen. Warum hält der nix mehr? Eifert, du bleibst nur damit, du stehst. Ja, weil ich Angst habe, weil wegen deinem Scheiß, wegen deinem Controller, ey. Digga, guck mal, Ibra-Ausdau. Da ist nix mehr von. Ibra-Ausdau ist weg. Ja, aber für den Elber reicht's, glaub ich. Oder auch nicht. Was ist los mit den ersten getroffenen, jetzt zwei verschossen. Sieht kagal aus. Samo-Mosu sieht scheiße aus. Weil du jeden Triffst machen, ne? Sieht scheiße aus. Lautaro mit dem schönen Lupfer. Oh, nein. Ey, komm, Alter. Das war der schönste Lupfer, den ich bislang gemacht hab. Schmeckt. Wenn du jetzt nicht triffst, kriegt's verloren. Alter, was ist los mit dir, älter? Krieg ich zwei, ja. Dieses Jahr, sieht's ja aus. Am Anfang saß für dich gut aus. Mittlerweile. Nein. Sieht's für mich nicht aus. Der hat so viel Kraft, das ist unglaublich, der kann die gar nicht bänden. Aber, Leute, ich kann das Ding... Das Persich-Wing-Sfuß. Hä? Persich-Wing-Sfuß. 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 Ich dachte aber, rechts-Wing-Sfuß. Der hat 5-Wing-Sfuß, deswegen. Nein! Die groben Lupfchen wieder, ey. Wenn du immer mit einem anderen Schuss... Ich geb dir mal die Chance. Ich wollte immer noch die Chance geben, Leute. Das ist Bescheid. Komm, den halte ich einfach. Ja, Digga! Aber du kriegst nur einen Schuss. Ah, nee, du kriegst ja trotzdem zwei, Alter. Du kriegst trotzdem zwei, ey. Das ist eine dumme Regel, ey. Das ist eine dumme Regel. Ich hab dir noch mal die Chance gegeben. Das ist eine dumme Regel. Ich hab dir noch mal die Chance gegeben. Das ist für ein Scheiße. Mann, ich hab dir noch mal die Chance gegeben. Ich hab dir auch eine Chance gegeben, ja. Vorbei. Ist klar. Schönes Ding, Alter. Ja. Der war nicht schön. Machst du nix. Ah, der Lupfer war schön, Alter. Schönster Lupfer, den ich bisschen rausgehauen hab, Alter. Ja, ein bisschen Dusel dabei, muss man sagen. Ja, der war echt ein bisschen Dusel dabei. Okay, komm, wir machen so, Leute. Ich mach, ich krieg auch einen Schuss. Nein, doch. Du tust mir leid, irgendwie. Du kriegst letzter Zeit immer. Du hast mir so oft gegeben, letztes Jahr, Alter. Ja, ist echt so. Letztes Jahr. Boah, Alter, was soll ich machen, ey? Ich weiß nicht. Sind hier überhaupt noch genug Schuss drin? Ich mach Warde. Oh, Warde mal wieder. Oldschool. Oldschool Warde. Warde, komm, machen wir beide Warde. Beide Warde, ey? Beide Warde, ja. Kann ich nicht mehr gehen, oder? Mal Oldschool, Alter. Früher immer Warde. Wollte ich hochziehen, oder? Ja, nein, nein. Das war so. Früher mal Warde. Ihr wisst noch, das war noch. Er lässt mir wenigstens das unten. Das war noch Zeit, Leute. Früher mal Warde. Ich hab immer hochgezogen. Aber Jeans ist scheiße, deswegen. Okay. Seid ready, Leute. Ab geht die Post. Drei. Spannern. Zwei. Eins. Schieß. Oh. 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 Oh, der zieht richtig lang. Echt? Oh, scheiße. Oh. Keine Ahnung, ey. Du hast gut getroffen, ey. Du hast so mittig irgendwie. Du hast gar nicht die Warde getroffen, bin ich ehrlich. Du hast irgendwo mittig geschossen. Keine Ahnung. Auf so nervensehende. Das ist nicht wirklich ne Warde gewesen, wo ich... Ich hab auch nicht wirklich ne Warde. Du hast keine Warde. Keine Warde vorhanden. Die kann man nix treffen. Okay. Zweiter Schuss. Dann hast du es hinter dir. Let's go. Was machst du denn da gerade? Keine Ahnung. Was soll ich machen? Der prallt von hier noch nach da oben ab, Alter. Das kriegst du... Wie soll ich denn sonst machen? Mach da wieder drauf. So sieht man gar nichts. Mach wieder drauf. Mach so einfach. Scheiß drauf. So. So. Warte. Komm mal ein Stück rein. Man sieht fast nicht. Ja, nicht so nah. Übertreib mich. Arschbolzen. Okay. Arschbolzen mit Software. Drei. Ein. Zwei. Was soll ich machen? Ich kann nicht weniger. Ich kann nicht weniger doll machen. Drei. Zwei. Ich dachte da kam keine Pugel raus. Leute. Der war aber erträglich. Der war chilliger. Ich hab mich nur erschraubt. Was war das? Was war das für ein Grosch? Leute. Der war richtig chillig. Ich hab mich so... Der hab mich nur erschraubt. Macht einfach... Das ist so ein dreckiger Boden. Das ist auch gruselig. Das ist echt rech. Ich muss mal saugen. Thomas. Tu mal saugen. Gönnt euch. Nice designs. In rot, blau, orange, grünen. Kissen. Tausend-Turmbeutel. Vieles mehr Gras. Autogrammkantik dazu. Also gerne einschalten wenn ihr Bock habt. Und täglich dabei sein. Hab ich schon gesagt. 18 Uhr ne? 18 Uhr. Letzten Worte. Wie waren die Schüsse? Die Schüsse. Links war schlimmer. Rechts war irgendwie so... Rechts hast du die Wade getroffen. Und Wade fand ich nicht. Links hast du hier getroffen. Das ist neben der Wade. Irgendwo. Wade ist innen. Nicht außen. Gehört auch dazu. Du hast irgendwo außen geschossen. Leute. Beim nächsten Mal wird es mal wieder Zeit. Ich hab jetzt... Stand jetzt mehr Elferschießen gewonnen im FIFA 21 als du. Das gab es noch nie, Alter. Ich kann sagen. Also wollen wir mal festhalten. FIFA 21 ist scheiße. Wegen der Eins, ey. Läuft nicht. Macht's gut und... 20 war besser. Bin ich ehrlich. Hab mir auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Weniger Schuss kriegen. Mehr Schuss aus dem. Hab ein bisschen mehr Spaß gemacht. Alles Schnauze jetzt. Ciao.